Es gibt Neues rund um das Thema Rammstein und diesmal sage ich bewusst Rammstein und nicht nur Till Lindemann, denn es hat neue Vorwürfe gegeben. Um wen es geht und was die Vorwürfe sind, das wird uns jetzt Christian Solmecke erklären. Darauf reagieren wir heute und diskutieren wahrscheinlich drüber im Chat. Wenn Sie denn schon wach sind, wir werden es herausfinden. Aber wir gehen erst mal ins Video rein und schauen, was der Solmecke so zu sagen hat. Am Wochenende hat die Band Rammstein trotz Protesten die Konzerte in Berlin durchgezogen und Till Lindemann hat zwei seiner Lieder in entscheidenden Passagen geändert. Oh ja, ich habe die Sachen gelesen und fand das schon ein bisschen sehr, sehr grenzwertig. Streichen wir das ein bisschen, ich fand es sehr grenzwertig. Das kommt drüber wie absolute Häme gegenüber den Opfern. Was er an den Liedern geändert hat, sage ich euch gleich. Außerdem haben die Süddeutsche Zeitung und der Norddeutsche Rundfunk exklusiv aufgedeckt, dass das System Rammstein sich nicht nur auf Till Lindemann beziehen soll, sondern auch ein weiteres Bandmitglied angeblich sexuelle Übergriffe begangen haben soll. Und heute dann auch noch eine News der Anwaltskanzlei von Till Lindemann, Scherz Bergmann. Die sagen, sie haben jetzt vor dem Landgericht Hamburg eine sehr weitreichende 1-2-Verfügung gegen das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erwürgt. Also viele, viele Neuigkeiten in Sachen Rammstein. Alle hier in diesem Video. Bleibt dran! Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr den Rammstein-Skandal weiter rechtlich verfolgen wollt, dann seid ihr hier auf diesem Kanal genau richtig. Abo lohnt sich, dann werde ich euch auch weiter informieren. Wir haben ja schon ein paar Folgen abgedreht. Immer wenn es was Neues gibt, halte ich euch up to date. Im letzten Video haben wir uns mit einer Petition beschäftigt, die die Konzerte in Berlin stoppen sollte. Ich habe euch gesagt, warum das nur sehr schwer möglich ist, dass man privatrechtliche Verträge mit einer externen Petition mal eben so stoppt. Und so ist es dann auch passiert. Es gab zwar keine Aftershow-Partys mehr, aber trotzdem... Ja, jein. Aftershow-Party in dem Sinne nicht. Aber Lindemann war dann im Kit-Kat-Club. Dann haben natürlich die Konzerte stattgefunden vor ausverkauften Haus. 300 Protestanten waren allerdings davor. Die haben lautstark Protests gemacht und wollten eben darauf hinweisen, dass hier Missbrauch im Raum steht und man doch besser nicht zu den Konzerten gehen sollte. Außerdem gab es zwei Festnahmen. Konzertbesucher standen im Verdacht, Kabelschächte im Olympiastadion sabotiert zu haben. Genauso weiß man nicht, kann ich noch nichts zu sagen. Aber auch während des Konzerts gab es ein paar Merkwürdigkeiten. Während des Konzerts beschränkte der Sänger Till Lindemann seine Kommunikation mit dem Publikum auf das Mindeste. Aber er ließ seine Musik für sich sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hören uns mal den Song Angst an. Da gibt es also Passagen auf Twitter. Und da sagt er, also normalerweise heißt es in dem Song Angst, und die Furcht wächst in die Nacht. Tür und Tore sind bewacht. Die Rücken nass, die Hände klamm. Alle haben Angst vorm schwarzen Mann. Und Lindemann hat das abgewandelt mal ebenso. Alle haben Angst vor Lindemann. Und das seht ihr hier, wie er den Text abgewandelt hat. Er hat noch ein anderes Lied abgewandelt. Also sie nutzen es natürlich, die Vorwürfe, ganz klar, in Rammstein-Manier für die eigene Probe. Man kennt es nicht anders. Also ich kenne Rammstein halt schon sehr lange als Band. Und was sie können, sind provozieren, sich übernehmen. Die über bestimmte Sachen lustig machen. Und auch hier wurde das natürlich PR-technisch massiv genutzt. Ich wundere mich darüber noch nicht mal, dass das passiert ist. Es ist ein Punkt, mit dem man auf jeden Fall rechnen kann und rechnen muss. So traurig das ist. Also alle haben Angst vor Lindemann. Außer eine kleine Veränderung gab es in dem Lied Ich Will. Hab ich auch rausgepickt. Mal gucken. Die haben das ganz fleißig auf Twitter gepostet. Hören wir mal rein. In dem Lied Ich Will, da geht es Ich will, dass ihr mir vertraut. Und dann hat er da kurz innegehalten. Ach ja, das war das. Also da hat er gestoppt. Ich will, dass ihr mir vertraut. Hat das nochmal betont durch den Inhalten. Und das dritte, das hat also meines Erachtens wirklich den Vogel abgeschossen. Da haben wir einen Auftritt. In der zweiten Zeile des Songs Ohne Dich ersetzt Till Lindemann die Worte Weh mir, oh weh und die Vögel singen nicht mehr durch und die Sänger vögeln nicht mehr. Weh mir, oh weh und die Sänger vögeln nicht mehr. Bezogen natürlich auch auf die aktuelle Situation. Und die Sänger vögeln nicht mehr. Finde ich ehrlicherweise. Es ist halt schon wirklich sehr grenzwertig. Ich finde es auch nicht gut. Du bist eine mediestarke Persönlichkeit. Es ist so ein absoluter Tritt ins Gesicht von allen Opfern. Weil jetzt wird da mit Häme drauf reagiert. Ehrlicherweise ziemlich geschmacklos. Da sieht man, er glaubt an den Vorwürfen ist offenbar gar nichts dran. Oder er nimmt ihn nicht ernst. Sollte er aber. Denn die Anschuldigungen sind zumindest sehr, sehr schwerwiegend. Zu sagen, die Sänger vögeln nicht mehr. Und oben wird Angst vor Lindemann. Beides kann man natürlich in irgendeiner Art und Weise interpretieren. Angst vor Lindemann schwer zu deuten. Vielleicht meint er, die Vorwürfe sind haltlos, aber alle haben Angst vor mir. Oder er will darauf andeuten, das ist mein Image gerade. Alle haben Angst vor mir. Aber die Sänger vögeln nicht mehr. Sagt er, ich hab sie immer gefögelt. Jetzt vögele ich sie nicht mehr. Keine Ahnung, wie man das jetzt wieder deuten soll. Finde ich nicht clever von ihm, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch wenn ich die Sache... Grundsätzlich sehe ich, das ist neutral. Staatsanwaltschaft soll ermitteln. Aber da so einen in die Kerbe zu hauen, ich würde es nicht machen an seiner Stelle. Imponiert seine Staatsanwaltschaft auch nicht. Provoziert eine Staatsanwaltschaft nur noch mehr zu bohren, mehr zu graben. Ja und ich glaube, genau das ist halt der Sinn. Mehr zu bohren, mehr zu graben, mehr mediale Aufmerksamkeit. Mehr Fans mobilisieren, die gegen alles schießen, was halt sich solidarisiert, was investigativ unterwegs ist. Ihr müsst euch bei SZ Investigativ, da geht er wahrscheinlich gleich auch noch drauf ein, gibt's einen Tweet. Hab ich im Discord gepostet, im Quellenhub. Einfach den Discord steuern. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch diesen Tweet von SZ Investigativ einmal durchlesen. Und ihr werdet vereinzelt auf Kommentare treffen, die halt wirklich absolut unterste Schublade sind. Von Rammstein-Fans. Apropos bohren, graben. Wir graben ja gerade in Sachen Facebook-Datenleck. Checkt mal aus, ob ihr betroffen seid. Sechs Millionen Deutsche sind vom Facebook-Datenleck betroffen und haben unserer Meinung nach einen Anspruch auf 1000 Euro. Ja, das geht ganz schnell. Ihr gebt einfach nur den QR-Code, knipst da kurz ab oder geht unten in den Link in der Caption. Gelangt auf diese Seite, gebt eure Handynummer ein und dann wisst ihr sofort, ob ihr vom Meta-Datenleck betroffen seid. Und wir besorgen euch dann 1000 Euro, versuchen das zumindest gerichtlich durchzusetzen. Soviel zu Till Lindemann. Jetzt wird es aber einen Tacken krasser, denn was heute rausgekommen ist, das sind Vorwürfe, die auch andere Bandmitglieder betreffen. Die sind schon länger her, 20 Jahre her. Sind aber jetzt rausgekommen nach Recherchen der Süddeutschen und des Norddeutschen Rundfunks, der Tagesschau. Die Fans, also die Hardcore-Fans, ich beziehe mich mit Absicht nicht auf alle Fans. Es gibt genug Fans, die das kritisch hinterfragen, die nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen und erstmal abwarten wollen, wie das Ganze vonstatten geht und was dabei rumkommt. Und sich sehr zurückhaltend benehmen, aber jetzt seitens der wirklichen Hardcore-Hardcore-Hardcore-Fans, wo das wirklich in Fanatismus ausschlägt. Die werfen jetzt natürlich mit dem Begriffen Kensekai-Cher um sich, sind sich aber nicht zu schade, wiederum bestimmte Personen das bei anderen zu machen. Weil das ist dann was ganz anderes. Aber wehe, es geht gegen die Idole. Auch nur ansatzweise, wehe, es geht gegen die Idole. Ich bin ja mal gespannt, ob er auch auf die Kompakt-Sachen noch eingeht. Ich glaube aber eher weniger. Und da geht es darum, das ist bei Twitter auch zu sehen, Norddeutsche Rundfunk und Süddeutsche haben das exklusiv. Da sehe ich hier, Norddeutsche Rundfunk, exklusiv. Weitere Frauen erheben Vorwürfe im Fall Rammstein. In der vergangenen Woche hat sich mehrere Frauen NDR Recherche und Süddeutsche Zeitung gemeldet und ihre Geschichte erzählt. Über zwei berichten wir heute. Also bei diesen beiden Frauen geht es darum, dass der Keyboarder Christian Lorenz alias Flake gegenüber der Süddeutschen gesagt haben soll. Und die Süddeutsche hat das auch mit Recherchen, Gesprächsprotokollen, Chat. Aus demselben Grund, warum Kyla so angefeindet wird. Hängt das doch nicht an die große Glocke. Macht euch jetzt nicht den Stress. Was sollen denn die anderen von uns dann denken, dass du in sowas involviert bist. Sowas wurde immer schon klein gehalten. Auf die Opfer wird eher eingeprügelt, mental. Als dass man ihnen den Mut zuspricht oder sie dabei unterstützt, zur Polizei zu gehen. Und wenn man zur Polizei geht, wird das Ganze von denen auch noch runtergespielt. Wenn du als Frau bist, gerade von vor 20 Jahren. Da in der Zeit hat sich auch noch mal einiges geändert. Da gab es dann auch mal eben den ein oder anderen dummen Spruch von den Beamtinnen, die das Ganze dann aufnehmen müssen. Es ist kaum was aufgearbeitet worden aus der Zeit von vor 20 Jahren, 25 Jahren oder sonst irgendwas. Weil sich Frauen einfach nicht getraut haben, zur Polizei zu gehen. Weil sie von Freunden, Verwandten, Familie oder eventuell sogar von den Tätern unter Druck gesetzt werden. Weil sie dann ihre Karriere nutzen gegen diese Person. Genau deswegen sind die Menschen, die Frauen besonders, nicht hingegangen. Es wird ja heute immer noch belächelt. Chatprotokollen, ja, entsprechend belegt. Wobei Chatprotokolle, weiß ich nicht, ob sie auf den Fall beziehen, aber sie sagen, sie haben sehr tiefe Recherchen gemacht. Ja, muss man immer mal sehen. Ja, haben auch eidesstattliche Versicherungen sich besorgt von den Frauen. Dass Christian Flake sich angeblich an den Frauen vor 20 Jahren vergangen haben soll. Der Keyboarder, von dem man es ja, oder der Flake, von dem man es vielleicht am wenigsten erwartet hätte. Keine Ahnung, ja. Aber es ist ja auch nur eine Behauptung. Es gilt auch hier natürlich die Unschutzvermutung. Flake lässt das durch seine Anwälte natürlich abstreiten. Interessant ist, dass die Frauen, darauf wollte ich hinaus, eidesstattliche Versicherungen vorgelegt haben, zur Vorlage bei Gericht. Und eine normale eidesstattliche Versicherung, die jetzt nicht zur Vorlage bei Gericht dient, ist jetzt erstmal noch nicht sowas Dramatisches. Das könnte auch noch schon eine Straftat sein, wenn man über jemand was Falsches behauptet. Aber diese Frauen sagen, nee, hier eine eidesstattliche Versicherung, die könnt ihr bei Gericht vorlegen. Jetzt funktioniert das Argument nicht mehr in dem Fall, dass immer gesagt wurde, ja, wenn das vor den Redakteuren oder halt den Zeitungsunternehmen die eidesstattliche Erklärung, dann hat die keine Gewichtung. Die Frauen, die sich jetzt äußern, sagen, diese eidesstattliche Erklärung kann vor Gericht gebracht werden. Das ist ein neuer Level. Und dann kann es natürlich für die Person, die eine eidesstattliche Erklärung abgibt, richtig böse Konsequenzen geben. Und wenn die dann falsch sind, könnten sie dafür alleine drei Jahre ins Gefängnis kommen. Also insofern wollen sie damit unterstreichen, hey, was wir hier sagen, ist unsere Sicht der Wahrheit. Also die Frauen gehen davon aus, schildern, also eine Frau schildert, was sich im Jahr 2002 zugestragen haben soll. Sie war auf dem Rammstein-Konzert, hat Lindemann bei einer Autogrammstunde kennengelernt. Sie war 17 damals, hat aber den Jungs vorgeguckt, sie wäre 22 gewesen, soll angeblich, so behauptet sie es, dann aufs Landhaus von Flake in Brandenburg gefahren sein mit Lindemann. Lindemann legt sich schlafen, die haben alle unheimlich viel getrunken. Stark berauscht ist sie dann irgendwann aufgewacht, hat gecheckt, dass Flake da bei ihr wäre, hätte sich weggetreten und gesagt, nee, nichts mehr machen und es soll dann zum Sex gekommen sein. Das sind ihre Behauptungen. Sie soll dann nachher aber auch noch sich mit Lindemann getroffen haben in den nachfolgenden Tagen. Sie selbst sagt, ich war wie oft abgetrennt von mir selbst. Ich habe alles nur geschehen lassen. Ich habe nicht nein gesagt. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe einfach nur dargelegen. Das sind ihre Aussagen in den Medien aktuell. Sie hatte danach traumatische Erfahrungen gehabt und jetzt wäre jahrelang in Therapie gewesen. Flake hat das sofort abgestritten, hat gesagt, da ist überhaupt nichts dran. Lindemanns Anwälte sagen, diese ganze Berichterstattung, die noch viel tiefer ins Detail geht, ist verboten. Das betrifft die Intimsphäre. Aber es gibt noch einen zweiten Vorfall, der auch Flake betreffen soll. Eine weitere Frau, 22 war die damals, erinnert sich an einen Vorfall aus 1996, also noch länger her, kurz vorm kommerziellen Durchbruch. Da soll es auch zu Sex im Hotelzimmer gekommen sein, ohne dass sie wusste, was passiert war. Also auch da wieder in irgendeiner Art und Weise war sie, sagt sie, bewusstlos und hat danach unglaubliche Schmerzen gehabt. Und sie sagt, Flake habe neben ihr gelegen. Flake bestreitet auch das, sagt auch da ganz klar, wir haben niemals mit Frauen geschlafen, die nicht bei Bewusstsein waren. Und Lindemanns Anwalt sagt auch, kann man hier so tatsächlich nicht berichten seitens der Medien. Also hier gibt es jetzt einen Streit um diese Aussagen und die Anwälte gehen dagegen vor. Auch das ist alles im Detail noch sehr, sehr ungeklärt. Aber klar ist, jetzt ist nicht nur Lindemann im Fokus, sondern noch andere Bandmitglieder. Die Frauen selbst hatten halt keine Anzeige erstattet bislang und haben auch bislang, auch bis heute noch keine Strafanzeige erstattet. Könnten das noch machen? Es gibt keine Frist für eine Strafanzeige, was allerdings die Staatsanwaltschaft dann prüfen wird, ob die Fälle aus den Jahren 1996 und 2002, wenn sie denn stattgefunden haben sollten, möglicherweise verjährt sind. Sind 20 Jahre, liegen die zurück. Gucken wir uns das mal an, wie die Verjährung bei Sexualdelikten aussieht. 1878 Strafgesetzbuch sagt, dass die Verjährung zwischen 5 und 20 Jahren liegen kann. Da geht es um gewisse Taten, die wir aus, dass wir eben hier gucken können. Ja, also wir haben hier. 1996 kommen sie jetzt, wo es gerade passt. Zwei, manchmal verstehe ich die Intention dahinter nicht. Vor allem, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, dann aber keine Anzeige erstatten. Es schadet allen Frauen, die sowas wirklich erlebt haben. Die Laubwürdigkeit aller wird beschädigt. Die Sache ist, dass diesmal ja eine eidesstattliche Erklärung abgegeben wurde, die gerichtlich anfechtbar ist. Anders als bei den vorherigen Fällen. Dementsprechend wird wahrscheinlich dort auch dem nachgegangen werden und man wird dann sehen, ob was dran ist. Der Fall um 1996 könnten sie natürlich sagen, der ist verjährt. Da geht es dann halt abzuwarten. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man den Punkten trotzdem nachgeht. Und zu der Aussage, damit kommen sie jetzt, wo es gerade passt. Ja, das liegt aber an mehreren Gründen. Das liegt daran, dass immer mehr Frauen in verschiedenen Bereichen tatsächlich dazu ermutigen, dass sie zeigen, dass sie nicht alleine sind. Dass sie Rückhalt bieten und es auch mittlerweile mehr Anlaufstellen gibt. Weil jetzt im Sinne von Kyla zum Beispiel ist es halt so, dass selbst das Management da gesagt hat, das ehemalige Management, sie soll ja den Ball flach halten. Und auch Freunde und Familie. Das Ganze wird immer runtergespielt. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war mit zwei Frauen zusammen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Und das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Und ich habe da sehr viel bei geholfen, dass sie dann mitunter nach über zehn Jahren auch Anzeige erstatten. Das Ganze ist auch wirklich durchgegangen. Also es dauert mitunter sehr lange. Es ist mit sehr, sehr viel Angst verbunden. Es ist mit sehr, sehr viel Druck von außen verbunden. Und wenn sowas in Gewägungen kommt, ist es klar, dass wenn sich andere Opfer nicht verbiegen lassen und nicht zurückstecken und es gibt massive Bedrohungen mittlerweile und das macht halt den Opfern Angst. Und das wird auch schon vor 20 Jahren so gewesen sein. Jetzt haben sie das Internet und mehr mediale Möglichkeiten dazu. Verjährung schließt die Ahnung der Tat, die Anordnung an Maßnahmen, bleibt unberührt. Für welchen Verjährung? Nichts, soweit die Verfolgung verjährt. Ah ja, so muss man gucken. Also 20 Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit einer Straffall von mehr als zehn Jahren bedroht sind. Also bei einer Vergewaltigung wären es 20 Jahre. Jetzt ist das Interessante, dass man sich fragen muss, ab wann rechnet man? Und da wäre sozusagen 2002 wäre ja verjährt. Aber man rechnet die Verjährung erst bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, erst ab dem 30. Lebensjahr. Das heißt, wenn die 17 war zur Tat, dann kann man auch 13 Jahre auf die 20 Jahre drauf rechnen. Und dann beginnt erst die Verjährung zu laufen, ganz grob gesagt. Das heißt, hier wird die Staatsanwaltschaft, egal ob jetzt eine Strafanzeige vorliegt oder nicht, ermitteln müssen, weil es sogenannte Offizialdelikte sind. Das heißt, sie haben jetzt Kenntnis von der Sachlage und sie müssen jetzt gucken, was ist da dran. Und dann werden sie auch ermitteln, ob noch Verjährung ist. Es ist übrigens so, dass die Verjährung im Jahre 2015 zu laufen begonnen hat, ab dem Alter von 21 Jahren. Und 2013 war es sogar, ab dem Alter von 18 Jahren. Das heißt, diese 30 Jahre Grenze, wo die 20 Jahre beginnen, die gibt es jetzt erst. Aber da wird ein Staatsanwalt schauen, naja, als das neue Gesetz kam, es gibt da kein Rückwirkungsverbot bezogen auf die Verjährung. Als das neue Gesetz reinkam und die Verjährungsfristen sich geändert haben, beziehungsweise das Ruhen der Verjährung neu reinkam, waren die Taten da schon verjährt. Und wenn nicht, dann gelten auch die neuen Verjährungsregeln. Das ist relativ kompliziert, wird aber ein Staatsanwalt jetzt erstmal erledigen. Also, sofern sich das Ganze so zugetragen hat, könnte es also sein, dass hier wirklich was bei ist, was noch nicht verjährt ist. Aber eine Problematik bleibt natürlich, das muss alles bewiesen werden. Die Sachen sind 20 Jahre zurück, Flake bestreitet das alles, sagt, ist nie passiert, hat sich überhaupt nicht so zugetragen. Und ja, dann gilt ganz klar die Unschuldsvermutung. Und das müsste jetzt vom Staatsanwalt bewiesen werden, dass das wirklich wahr ist. Dann gibt es noch weitere Sachen, die betreffen eher das Presserecht. Jetzt kommt wahrscheinlich das Urteil wegen, was er am Anfang angesprochen hat. Da gibt es eine Gegendarstellung vom Tagesspiegel. Da seht ihr mal, wie hart hier gefeitet wird. Wir schreiben in dem Artikel Medienanwälte Mächte kein Rammstein ohne Rambock. Das ist die Gegendarstellung der Kanzlei Scherz-Bergmann übrigens. Da schreibt der Tagesspiegel, die Band hat sich Hilfe der prominentesten Kanzleien im Land, der Kanzlei Scherz-Bergmann, versichert. Und da sagt Scherz-Bergmann, hierzu stell mir fest, wir vertreten nicht die Band Rammstein, sondern Till Lindemann persönlich. Also das wird hier nochmal klargestellt und noch eine zweite Aussage. Seht ihr, wie scharf geschossen wird? Kann man ja sagen, ist eigentlich eine Kleinigkeit. Kann der Kanzlei ja egal sein. Jetzt wird sie noch in das Licht gestellt. Okay, wir vertreten auch Rammstein. Das ist ständig durcheinander gekommen. Aber klar, so kann man den Medien echt Druck machen. Das ist kein, also jetzt aus anwaltlicher Sicht, kein falscher Move. Hier jetzt den Tagesspiegel deswegen anzugehen, weil er etwas falsch berichtet hat und da müssen die es halt gerade stellen. Und der Tagesspiegel unten sagt auch, Anmerkung der Redaktion, die Kanzlei hat recht, der Artikel wurde aktualisiert. Dann haben die den Artikel aktualisiert. Und dann gibt es jetzt ganz aktuell, das habe ich erst vor ein paar Minuten gesehen, das ist wirklich ganz neu, wieder Scherz-Bergmann. Das fand ich interessant. Da scheint es jetzt eine Verhandlung gegeben zu haben vor dem Landgericht. Die hatten dazu ja schon mal eine Pressemitteilung, aber jetzt heute, 17. Juli, eine neue. Da geht es auch um den Spiegelbericht, Götterdämmerung über Rammstein, relativ dickes Dingen. Und jetzt heißt es mit ein, zwei Verfügungslandkriegs Hamburg vom 14. Juli, also das ist jetzt vor dem Wochenende gewesen, wurde im Spiegel untersagt, den Verdacht zu erwecken, Till Lindemann habe Frauen bei Konzerten der Gruppe Rammstein mit Hilfe von K.O.-Tropfen betäubt oder betäuben zu lassen, um ihre möglichen sexuelle Handlungen an Frauen vornehmen zu können. Das heißt, da scheint es jetzt, es gibt einen Beschluss, das heißt es gab keine mündliche Verhandlung. Oder einer ist bei der Verfügung. Okay, kann sein, dass es schon das Urteil ist. Das kann ich jetzt hier raus noch nicht so ganz sehen. Ich habe es auf alle Fälle mal angefordert, um es mir ganz durchzulesen. Ich will ja wissen, was alles angegriffen worden ist, wie viel dann wirklich verboten worden ist. Jetzt scheint es aber Entscheidungsgründe zu geben. Vielleicht gab es eine mündliche Verhandlung. Das geht jetzt aus der Pressemitteilung nicht so hervor. Aber das Gericht sagt eben, naja, der Spiegel hatte Frauen, die hatten eidesstattliche Versicherungen vorgelegt. Aber es war nur ein Verdacht, den die Frauen geäußert haben. Und das hätte der Spiegel berücksichtigen müssen, dass nicht die Frauen das behauptet haben, sondern selber nur das Ganze geglaubt haben. Sie wussten es also auch nicht so ganz genau, was da passiert ist. Und da sagt jetzt Scherz Bergmann mit der Entscheidung, ist der schwerwiegendste Vorwurf, der im Spiegelartikel erhoben wurde, gerichtlich verboten worden. Da geht es nämlich um diese Behauptung, Lindemann hätte K.O. Tropfen oder irgendeiner aus dem Umfeld Rammstein hätte K.O. Tropfen verursacht. Und jetzt kommt das, was ich wirklich spannend finde. Und genau das ist der Punkt, den wir jetzt gehört haben, dass viele Hardcore-Fans, ich betone Hardcore-Fans, jetzt sagen, dass halt gar nicht mehr darüber berichtet werden darf, weil Scherz Bergmann habe erwürgt, dass halt nicht mehr darüber berichtet werden darf. Und das ist halt de facto, wie wir jetzt auch hier sehen können, falsch. Es geht um die Sachen mit Alkohol und K.O. Tropfen. Ich denke mal, die Staatsanwaltschaft wird trotzdem weiterhin in die Richtung natürlich auch prüfen. Und ich denke mal, da sind sie auf die, unter anderem, auf die Aussagen von Kyla eingegangen, als sie dann in diesen Backstage-Bereich gekommen ist und dort Frauen vorgefunden hat, die auf sie relativ sediert gewirkt haben. Und viele sagen dadurch natürlich, MeToo ist gescheitert und das ist halt auch kompletter Schwachsinn. Wenn wir da die Entscheidung bekommen, dann auch sehen. Das gerichtliche Verbot umfasst 18 teilweise lange Passagen des Artikels, die auf sechs Seiten der einzelnen Verfügung im Einzelnen wiedergegeben werden. Also das könnte, wenn das so ist, dann ist ein Großteil des Artikels weg. Das will ich auch sehen. Und das ist interessant. Also damit wäre dem wirklich ein großer Wurf gelungen. Müsste man sich dann auch näher anschauen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erst ein paar Minuten alt, diese Presseberichterstattung. Ich werde da auf alle Fälle dranbleiben. Scherz Bergmann sagt, aus dem Ruder gelaufene Verdachtsberichterstattung und hohe Verkaufszahlen und sie sagen, das geht nicht und es gilt die Unschuldsvermutung. Wir werden auch gegen andere Medien vorgehen, die jetzt sozusagen diesen Verdacht weiter erheben, hier sei sein K.O.-Tropfen verabreicht worden. Ja, das ist schon interessant. Ich gucke jetzt mal einmal ganz kurz rein, ob der Spiegel das schon geändert hat. Götterdämmerung. Sie müssten ja eigentlich den Text schon dicke gekürzt haben. Gehe ich mal zum Text rein. Aber das scheint irgendwie noch nicht der Fall zu sein. Also ich kann es jetzt nicht genau nachprüfen, aber wenn es wirklich so viel wäre, vielleicht ist dem Spiegel es noch nicht zugestellt worden. Aber ihr seht jetzt hier immer noch ein riesiger Text über Rammstein. Da ist noch vieles nicht, noch nicht gelöscht worden. Also muss man gucken. Also erstmal haben wir jetzt diese Pressemitteilung, die ist nagelneu. Die werde ich auf alle Fälle auch im Blick behalten. Wenn ihr da auch beibleiben wollt und up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Kanal. Viele Neuigkeiten. Ich persönlich finde am respektlosesten, was Lindemann auf den Konzerten gemacht hat. Ich hätte mich an seiner Stelle auch nicht in den Songtexten dazu geäußert, wer hat Angst vor dem bösen Lindemann und die Sänger Vögel nicht mehr. Ich finde es geschmacklos. Auch wenn ich ansonsten jetzt die Sache recht neutral betrachte und denke so, die Staatsanwaltschaft muss eben jetzt rausfinden, sowohl bezogen Lindemann gilt erstmal Unschuldsvermutung, ob die Frauen das freiwillig gemacht haben, ob das überhaupt passiert ist, was passiert sein soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ich, die Staatsanwaltschaft Flake wird noch schwieriger werden. 20 Jahre liegt das Ganze zurück. Ganz schön schwieriger Case, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles ausgeht. Halte euch aber auf dem Laufenden, ist doch klar. Deswegen Abo lohnt sich, liebe Leute. Habt noch einen schönen Abend. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir bleiben dran an der Geschichte. Bleibt ihr bitte gesund. Und tschüss und bis dahin. Ja, was ich zu dem Punkt auf jeden Fall sagen kann, in Bezug auf Lindemann, diese beiden Änderungen hätte er sich wirklich sparen können. Das provoziert tatsächlich nur und kann dafür sorgen, dass wirklich die Staatsanwaltschaft sich noch mehr Mühe gibt, zu recherchieren und Sachen aufzudecken, die Fragen noch expliziter ausfallen werden. Das war halt eher so ein Schuss ins eigene Bein. Seine Art zu provozieren, war jetzt nicht die cleverste. Geschmacklos trifft es wirklich ganz gut. Und was jetzt bei Flake ist, die Vorwürfe sind natürlich auch wieder schwer, sind lange zurück, ist halt die Frage, was da sonst noch auf uns zukommt. Ich denke mal, da werden wir demnächst auch noch was von hören. Das kann ich jetzt in diesem Video schon ansprechen. Gibt es mittlerweile auch wohl geleakte Nachrichtenverläufe zwischen Freunden von Rammstein und Menschen, die quasi mitgeholfen haben, zusammen mit Alena Frauen quasi zu rekrutieren. Bin ich mal gespannt, ob das auch noch zum Tragen kommen wird und wie weit das Ganze dann noch gehen wird. Es geht auf jeden Fall schon ziemlich lang. Bis zum nächsten Mal.